So, Kapitel 1, eine neue Story beginnt. Yeah, Charakterauswahl bestätigt Ravioli, Schamane Level 3 Ferien. Ich will euch hier nicht feiern und euch ziemlich breit sehen. Ja, ja, ich bin nur eine Dose, die sich hier die Zeit verteilt. Aber dafür hab ich ordentlich was in der Hose, was sich jeder nur zu gerne einverleiht. Ravioli, richtig, an bitte was habt ihr denn schon wieder gedacht? Meinen Schwanz bekommt man nicht in dieser kleinen Dose untergebracht. Alles klar, Storytime. Es hieß, schon früher war die Election nicht gut im Wählen. Anstatt Sex mit einer Frau willte er Kino und die sieben Zwerge. Leider war dies seine einzige Chance auf ein bisschen Pussy. Und wie sie später herausstellte, war seine Mom diese Tussi. Sein Vater war echt neidisch auf diesen misslich erzeugten Sohn. Immerhin wurde er nach Sex gefragt und Vater selbst nur nach Lohn. E-Lektion, ich habe Mitleid mit dir, deswegen widme ich diese Hook nur dir. E-Lektion, ich habe Mitleid mit dir, deswegen widme ich diese Hook nur dir. Also brachte sein Vater die genannte Mutter um und um es zu vertuschen legte er sich Kleid und Strapse um und E-Lektion merkte nichts, ich frag mich nur warum. E-Lektion fiel dies bis heute nicht auf, da es jemand solch Verständnis mangelte. Die Muttermilch, die ihr seit nie hertrankt, kam aus Vaters verkrüppelter Stange. Oh Digga, was ein hartes Leben. Man hat hier echt nichts gegeben, Rhyme King und so. E-Lektion, ich habe Mitleid mit dir, deswegen widme ich diese Hook nur dir. E-Lektion, ich habe E-Lektion, ich habe mit E-Lektion, ich habe E-Lektion, ich habe Mitleid mit dir, deswegen widme ich diese Hook nur dir. So, dann wollen wir doch mal gucken, was ich noch so an hier stehen hab. Jetzt hat es los. Ab mit einem Drachen-Game, immer im Drachen-Game, nicht wahr? Na, egal. So, Election, jetzt mal ernst hier. Die Wahl, ins Turnier zu kommen, war gar nicht schlecht. Kann dann easy gewinnen, ist mir recht. Die Quali war echt der Heavy Shield, weil die Quali deiner Quali schwer zu ertragen ist. Um dich zu dissen, muss ich nur dein Feature erwähnen. Ihr seid beide so aufbietig, da kommen mir die Tränen. Du Pisser selbst beendest deine kleine Karriere. Ist ja nicht schwer, weil da eigentlich keine wäre. Tut mir leid, du wirst hier im Bette leider niemanden ficken. Hier im Biss und im Freelife bleibst du eine Jungfrau. Digga, du hast weniger mit Sex zu tun, als diese komischen Dicken von den Ludos. Also solltest du dich hier nicht wirklich rumtrauen. Election ist nun in gültig Geschichte. Eine, die man schnell vergisst. Komm mir bloß nicht mehr vor, hohe Gesicht, denn du wirst hier echt nicht vermisst. Es stellt schon fest, du wirst das sicher verlieren. Wie auch schon vorher wird sich keiner an dich erinnern. Digga, wieso sollte man sich auch für dich interessieren? Sch, sch, ist gut, hier nimm mein Taschentuch und lass das wimmern. Nach dieser Runde solltest du es, Uzi K, gleich tun und dich umbenennen. Schnell die Maske aus, Mami anrufen und nach Hause rennen. Aber selbst sie kann dich an diesem Tag nur noch als schlechte Wahl im Familienstammbaum erwähnen. Ich werde dir lyrisch deine Mist-Fick-Visage verbrennen. Und selbst dein Vater werde dich nicht mehr anerkennen. Und jetzt hör auf, so rumzuzappeln. Das ist ja schlimm. Geh wieder ins Bett, du Affe, und leg dich hin. Weiter machen hat für dich doch eh keinen Sinn. E-Lection ist nun in gültig Geschichte, eine, die man schnell vergisst. Komm mir bloß nicht mehr vor, hohe Gesicht, denn du wirst hier echt nicht vermisst. Das einzig Gute an deinem Video ist das Graffiti. Und das ist nicht von dir, du wannabe Gangster-Kitty. Ey, das ist Ravioli-Style. Ich nudel dich weg wie ein Fertiggericht. Und schmier dir dann die ganze Soße in dein Milch-Bubi-Gesicht. Die Soße in deinem Video. Vielen Dank.